hier ist ein faust mit dem flugzauern mit voller ladung kann erzugs wie konfetti in die luft jagen das prachtstück braucht 1,21 gigowatt um zu funktionieren und das einzige was hier so viel gesaft hat ist der generator draußen vor dem haus das problem ist dass er nicht anspringt ich glaube eine sicherung ist durchgebannt bei all den zugs hier ist es zu gefährlich für mich raus zu gehen und ihn zu reparieren bin ich schnell genug aber vielleicht wirst du es wenn du den generator erreichst und die sicherung auswechselst dort mit der ich den flugzauern wieder aufladen können komm schon folge folge mir ich zeige dir was du tun musst okay was wir machen können wo ist er hin hier nehme die sicherung sie ist brandneu eine neue sicherung das einschalten des generators wird laut sein also rechner mit einigen zugs weil du den generator erreichst sollte ich den flugzauern aufladen und in gang bringen können du musst nur diesem kabel folgen die sicherung austauschen und mich dann wieder hier treffen viel glück okay wir müssen also schnell wieder zurück das wird ein harter weg das keine spaßig werden ich renne schon mal los oder auch nicht jetzt fucking go Oh nein, 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 nein! Du musst dir langt! Nein, 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 nein. Franz! Okay, so können wir nicht langt. Ich muss nach einem anderen Weg wählen. nein, 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 Freirummen und hoch hier. Freirummen klingt verkehrt. das habe ich hier sind war es geschafft erstaunlich du hast den generator wieder zum laufen gebracht hast du gesehen wie stark der defluxor ist das ist definitiv unser weg hier raus warte einen moment vielleicht kann ich den defluxor an deiner drohne befestigen aber wenn der nur einmal aufladbar ist wie lange wird uns helfen ich hab den defluxor ist jetzt in deiner schicken drohnen installiert er ist nicht dafür ausgelegt mit einer so kleinen strom kürz laufen und oft benutzt könnte er kaputt gehen ging dran erst es ist gefährlich jetzt lass uns zurück ins dorf gehen ich komme nach hause mein sohn ok hier gibt es sonst nichts mehr notenblätter oder sonst irgendwas steht ein automat das zugehrt mich ziemlich schade ist da keiner ich schaffe all diese zogs aus dem weg damit wir hier durchkommen wow das funktioniert ja super aber wie ich vermutet habe kann er überhitzen lass ihn ein bisschen abkühlen wenn das passiert du verhetzt durch bis wir das dorf erreichen wenn er abkühlen muss auch kacke ja es kann es kann lustig werden ich will mich um ob wir hier noch etwas finden ok auf geht's der schalter funktioniert nicht sieht so aus als ob der strom geschaltet wurde wir finden vielleicht einen anderen weg wir können ihn von der anderen seite aufmachen ok so nicht vielleicht wenn wir den zur seite rollen gucken wir mit dem dann ich habe keine ahnung wohin wir ich sehe da nichts ich bin mir da nicht hoch ich dachte wir können da dann hoch ich bin so hier noch ein bisschen ich bin so hier noch ein bisschen ich bin so hier noch ein bisschen nein 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 doch wird gefressen einer ist hier noch oh nein jeder für sich du musst ja ausschalten oder was du musst damit alter das war knapp lass uns zurück nach hause gehen das ist die idee momentan ist hier ruhig das kann sich sehr schnell ändern na komm nix ist verdächtig ruhig hier das kann doch gar nicht sein nix ah wir sind reingekommen das ist richtig doof vater und sohn wieder feind wie schön die berühmte und sohn jetzt erzählt er seine geschichten danke dass du doch gerettet hast kleiner freund es ist schön zu sehen dass schorn muss nicht mehr allein ist jetzt wissen wir dass wir uns gegen die die berühmte und sohn hat in der nähe der kanzlerz auf dich gewartet Ich habe gehört, dass der Tauschhändler noch so was macht. Ja, er bräuchte mal noch eine dritte. Doc und Charmers sehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes getan. Auf jeden Fall. Darauf erst mal Teppich kratzen. Das ist wirklich beeindruckend, Doc. Niemand hat so lange in der Totenstadt überlebt. Die Totenstadt war das. Du hast die Zugs doch überlebt. Hast du die 10 Dosen, die du mir schuldest? Nur 10 Dosen. Und hast du die seltsame, orangefarbene Kreatur getroffen, die hier herumläuft? Du musst ihn einfach gesehen haben. Ich höre euch zu. Ich kann euch hören. Ja klar, ich bin froh, dass er wieder da ist. Ähm, können wir jetzt nach Hause gehen, Papa? Hallo Teddy, wie läuft's? Rosi, oh, Billy. Kennst du meinen Sohn Charmers? Ihm habe ich zu verdanken, dass ich von 7-5-0-Oz umgekommen bin. Was ist mit mir? Hallo? Ähm. Mir hast du es zu verdanken. Ich gehe hier mal weiter. Dann ziehe ich mal wieder rumlos aus. Was soll ich da machen müssen? Ich gehe mal hoch und gehe mal schauen. Ob wir hier vielleicht doch noch mal einen Tränke-Automaten finden. Vielleicht doch noch irgendwie an der weitere Dose kommen. Hier sehe ich jetzt keinen. Gibt's doch wirklich nur einen Tränke-Automaten. So, wo könnte man noch einen Tränke-Automaten vermuten? Über den waren wir schon. Na, das ist ja ein Muss. Let's get's. Let's get's. Die Tränke-Automaten. Hier bei Oma ist keiner. Hier. 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 Oh, da ist jemand Neues. Guck mal, dann zu dir rüber. Ich glaube, da waren wir auch schon. Bloß er war da noch nicht da. Oder sie. Die sitzen jetzt hier rum. Das ist Vanillton. Ich könnte diese Lichter hier gar nach echten Sternwäldern bringen. Der Großkreis, die Kugel. Nein, da fehlt es mir definitiv an Inspiration. Hallo. Du, was willst du? Und wenn du weißt, wo die Betriebeautomat ist. Ach, diese Taubendinger. Das ist fast so. Jetzt hätten meine Automaten gefunden. Da drüben wollen wir eigentlich mal auf der anderen Seite. Das ist fast so. Fangen wir da mal vielleicht drüber. hoppla stand einfach so ich glaube da waren wir schon drinnen ja da waren wir schon drinnen das ist ein platz ja das ist ein platz sehr schön können wir hier nennen macht uns hier mit auf ist das für ein gewöscher an der tür wahrscheinlich nichts hier macht uns keiner auf aber nur ein blatt gab es ok da rüber vielleicht noch Da kommen wir da irgendwie links. Nein, nach oben sollst du. Ok, hier waren wir schon mal, darüber können wir nicht, ich glaube da oben waren wir noch nicht, sehr fliegen, glaubst du hier, Energie wenigstens leer, ich werde nicht im Mund nehmen, ne runter bin ich jetzt hier nicht, nein, nicht runter, hier ist die Bibliothek, in der Bibliothek gab es keinen Automaten, oder? Hm. So, die stehen halt hier umnützig rum. Ok, in dem Automaten waren wir schon. Kann man nicht sehr umnützig rum. Wenn wir weiter nach oben können wir leider nicht. Irgendwo bei Oma, und überall diese dritten Turmdinger, ist echt fies. Wollen wir nicht, wo langt. Das heißt nicht so aus, als ob es hier noch irgendwie getrinkte Automaten dahinten ist, es gäbe. Ich will nochmal hier hinein. Ne, nischt. Schade. Wo kriegen wir die dritte Dose, ja. Nimm mal hier erstmal Notenplatz. So, hier, einmal spielen. Ballade des einsamen Roboters. Ich glaube den Song kann ich spielen, sieh mal. Oh! Musik 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 ach hier hängen sie noch 1,2,3,4,5,6 dann fehlen uns noch 2, wenn ich das jetzt hier 2 Lücken vielleicht finden wir sie am laufenden Spiels noch so zur Kondensationen müssen wir ach da ist Momo da geht es dann weiter Spenzo Momo wartet auf seine Bowls auf dich, du kannst dich ihm anschließen hast du hier drin alles erledigt, was du wolltest? dann werden wir die Tür hinter dir schließen wenn ich das hier reinkomme ähm ich habe noch 2 eine Dose und 2 Dinger zu finden ich habe hier noch nicht alles getan dann werde ich mich erstmal noch umschauen aber es scheint so als würden wir dann danach weiter gehen mir fällt auch nicht mehr wirklich ein wo wir noch hingehen könnten wo wir noch was finden könnten wo wir jetzt hier noch wir können sich hier noch eine Dose fertig halten hier waren wir glaube ich schon mehrfach ich glaube nicht dass es hier noch etwas Neues gibt ich glaube nicht dass es hier noch etwas Neues gibt da muss ich mich wirklich noch mal ein bisschen umschauen bevor wir weiter gehen dann 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 dann